Herzlich Willkommen! Das war der Startschluss für die Jugendmedientage 2014 in Frankfurt. Sie haben, das haben wir schon gehört, von Freidräten immer komplexer wird. Mein Name ist Bain Fieler, ich leite hier das Sprengerteam auf den Jugendmedientagen. Ich bin Therese, Projektteam. Ich bin Raphael, Projektbetreuer und Forscher. Und seit wann seid ihr heute Wahl? Ich bin blöder, weil Formweckerklinge dann aufgebracht und das war wahrscheinlich 20.06 davor. Mehr weiß ich nicht. Ich bin heute um 5.30 Uhr aufgestanden, um noch ein anderes Mietauto zu organisieren, damit wir einen Referenten aus München auch wohl kommen, weil die Bahn ja streikt. Ich kenne die Jugendmedientage schon eine Weile, daher hoffe ich mir vor allem wieder mal eine geniale Tagesstellung, eine tolle Zeit, super viele neue Leute und vielleicht in der einen oder anderen Stelle doch noch was dazu zu lernen. Also ich hoffe als Projektleiter, dass natürlich alles rund geht und dass auch alle anderen, dass es euch gut geht, dass es allen Teams gut geht, dass es den Teilnehmern gefällt, den Partnern gefällt. Ja, ich hoffe auch, dass alles gut über die Bühne geht und am Ende alle glücklich sind und lächeln und dass wir ein paar tolle Tage in Frankfurt haben. Wir sind gespannt, wie die nächsten drei Tage werden und werden euch weiterzahlen auf dem Laufenden halten.